Leute, was geht? Sehr ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar werden wir uns heute mal ein Scoreboard-Plugin anschauen. Leute, bevor das Video losgeht, jetzt nochmal unten die Kanalstatistik eingeblendet. Ich zähle auf euch, dass wir diese Kanalstatistik verbessern. Deswegen, wenn du nicht abonniert hast, dann kannst du jetzt ganz gerne ein Abo dalassen, wenn du nichts mehr rund um das Thema Programmieren in Minecraft und in Java verpassen möchtest. Und dann wollte ich noch eine Sache kurz anmerken, bevor wir mit dem Video starten, und zwar Programmier-Livestreams. Hau ich jetzt einfach mal so raus. Und zwar, Leute, wenn du jetzt hier zuguckst und ein bisschen Bock darauf hast, mit mir live Java-Programme oder eben auch Minecraft-Plugins zu programmieren, dann schreib mir jetzt einen lieben Kommentar, wo du mir das Ganze bestätigst. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an mit dem Video. Und zwar, Leute, ja, es ist jetzt lange her, dass ich zuletzt ein Minecraft-Plugin für den Zuschauer hier so ein Video hochgeladen habe, aber das ist jetzt natürlich tatsächlich wieder nochmal so eins, und zwar möchte ich euch wirklich das beste Scoreboard-Plugin vorstellen, welches von mir programmiert wurde für euch Zuschauer. Und das Ganze hat auch einen Grund, denn ich habe meine Plugin-Anforderungen durchgeschaut und sagen wir mal so, es sind sehr, sehr, sehr viele. Es sind wirklich sehr, sehr viele zusammengekommen. Es sind über 200 Anforderungen von euch neu dazugekommen. Und das ist viel, das ist richtig, richtig viel, Leute. Und wenn du eine abgesendet hast, dann Dankeschön auf jeden Fall an dich. Und wir werden das Ganze jetzt demnächst definitiv wieder angehen. Nun, Leute, wie gesagt, ich habe diese Anforderungen durchgeschaut und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich Scoreboard-Plugin da gelesen habe. Und ich habe mir gedacht, hä, gucken die Leute nicht meinen Kanal durch, bevor sie ein Plugin anfordern. Und ja, anscheinend, Leute, ist es tatsächlich nicht so, denn ich habe schon mal ein Scoreboard-Plugin-Video hochgeladen und das ist jetzt sozusagen das Zweite über dasselbe Plugin. Aber jetzt erkläre ich hier nochmal ein bisschen genauer, wie das Ganze eingestellt werden muss. Da einige Leute einige Probleme damit hatten, die aber ganz, ganz einfach lösbar sind. Und ich muss schon sagen, mein Video damals war vielleicht nicht so detailliert. Deswegen würde ich jetzt sagen, direkt mal zur Download-Seite und dann zeige ich euch mal, wie man das Ganze überhaupt runterlädt. Und Leute, da ist auch schon die Webseite, wo wir das Ganze runterladen können. Das ist meine SpyGrid-Webseite, beziehungsweise einer meiner SpyGrid-Seiten von meinen SpyGrid-Plugins, die ich hochgeladen habe. Link dazu in der Videobeschreibung. Und hier können wir das Ganze runterladen. Ihr seht schon, das Ganze ist für die neueste Minecraft-Version auf jeden Fall getestet worden. Das habe ich jetzt gerade hier ausgetestet und das werden wir auch jetzt gemeinsam zusammen in der neuesten Minecraft-Version testen, die es aktuell gibt. Und ja, dann würde ich ja mal sagen, was hat dieses Plugin denn überhaupt? Was beinhaltet dieses Plugin? Das beinhaltet Support für meine eigene Coins-API. Das beinhaltet Support des Weiteren natürlich für das Essentials-Ecosystem, das wahrscheinlich die meisten von euch verwenden werden. Dann hat das Ganze noch Permissions-Ex-Support. Da braucht ihr wirklich nur das Ganze in der Config aktivieren und dann liest mein Plugin auch automatisch die ganzen Gruppen aus, die ihr gesetupt habt. Nehmt die Präfixe her, packt das automatisch auch in die Tab-List. Also da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel geboten. Hier steht es auch nochmal, Ränge im Sidebar-Scobber sowie in der Tab-List. Vorausgesetzt, ich benutze Permissions-Ex natürlich. Das Ganze ist wirklich komplett editierbar. Also da habe ich wirklich geguckt, dass man das komplett editieren kann. Und es hat auch eine personisierbare Größe. Also ihr könnt das drei Zeilen groß machen. Ihr könnt das aber auch 20, 30, auf jeden Fall, ihr könnt das drei Zeilen groß machen und auch so groß, wie ihr es halt haben wollt. Ich bin mir da jetzt nicht gerade sicher, ob es da denn ein Limit von Spike-It ausgibt, wie eine maximale Scoreboard-Größe oder so. Auf jeden Fall, was geht? Das geht auf jeden Fall. Ihr könnt es komplett personalisieren. Wir sehen hier nochmal eben Permissions. Dieses Plugin unterstützt eben Permissions-Ex. Das bedeutet, es liest die PAX-Config aus. Hier ist nochmal das erklärt, was ich gerade eben schon gesagt habe. Und hier kommen wir nun zum Setup-Teil. Ich dachte eigentlich, dass der für die meisten Leute ausreichend formuliert ist, aber anscheinend irgendwie nicht. Also vielleicht hast du auch damit ein Problem gehabt. Das tut mir auf jeden Fall leid. Ich erkläre in diesem Video auf jeden Fall nochmal hier, wie das Ganze denn jetzt genau gemeint ist. Auf jeden Fall das Plugin downloaden und in den Plugin-Order des Servers ziehen. Das habe ich schon gemacht und jetzt gehe ich mal hier den Server, den 1.16-Server-Plugins. Also hier ist es nämlich drin. Und jetzt gehen wir das Ganze hier nochmal löschen, damit wir da ein freshes Plugin haben. Und dann startet deinen Server, beziehungsweise startet ihn neu, falls er gerade läuft. Also mein Server läuft gerade nicht, wie wir hier schon sehen können. Deswegen schwuppdiwupp, Start.bat. Und der Server ist gestartet. Ich hole ihn mal hier runter noch. Dann haben wir ihn hier unten. Ich hoffe, das wird jetzt nicht ein bisschen zu viel, dass ich nicht einiges hier verdecke. Also das passt schon. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der Server gestartet hat. So Leute, wie wir sehen, der Server hat gestartet. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, ob sich hier denn jetzt was generiert hat. Denn, jup, hier ist der Scoreboard-Plugins-Order. Und hier ist auch eine Config drin. Und jetzt schauen wir mal weiter, was wir denn noch machen müssen. Und zwar sagt das Ding hier, geh in die Config-Y-Mail und personalisiere dein Scoreboard. Ich dachte, dass das genug Beschreibung ist für die Leute. Anscheinend nicht. Deswegen gehen wir mal hier kurz rein. Ich hole mal kurz hier das Teil her. Und das sieht gerade ein bisschen bescheuert aus. Ich glaube, ich mache das mal kurz mit Notepad++ auf. So, und jetzt ist es hier auch schon offen mit Notepad++. Und ich glaube, das ist doch mal schon mal was Besseres. Hier ist nämlich überall schön erklärt, was denn nun genau die ganze Einstellung hier macht. Nun, hier steht, wenn du Permission 6 auf True setzt, so kannst du für das Scoreboard folgende Platzhalter verwenden. Prozent, Rank, Prozent. An der Stelle, wo du im Scoreboard den Platzhalter verwendest, erscheint der Rang des aktuellen Spielers, der halt gerade dieses Scoreboard sieht. Damit etwas angezeigt wird, muss der Spieler in einer Gruppe sein. Das ist auch sehr wichtig. Des Weiteren muss die Gruppe einen Suffix gesetzt haben. Einen Suffix setzt du mit dem folgenden Befehl. Hier habe ich nochmal die Packs-Befehle auch reingeschrieben. Also ihr seht, hier einmal durchlesen, dann solltet ihr das definitiv verstehen. Also wenn ihr Packs habt und das Ganze richtig eingestellt habt, dann könnt ihr das Ganze hier auf True setzen und dann werden Ränge in rechts, wenn man das Ganze will, im Sidebar-Scoreboard angezeigt. Falls man da irgendwo diesen Platzhalter hier drin hat, dann wird das da angezeigt. Und falls nicht, dann wird es halt nur in der Tablist angezeigt. Ich habe jetzt hier aber kein Parvisions-Ex auf dem Server drauf, deswegen stelle ich das Ganze hier auf False, dann hätte ich das trotzdem auf True, da würde sonst ein Fehler in der Konsole auftreten. Hier steht noch, wenn du Use Coins API ML auf True setzt, verwendest du die Coins API von mir sozusagen. Mit dem Platzhalter %Money% kannst du es anschließend bestimmen, wo im Scoreboard denn das Money sozusagen eingefügt werden soll. Ich habe jetzt hier kein, ich benutze hier jetzt zum Vorzeigen nicht meine Coins API, deswegen schreibe ich hier mal False hin, denn auch ansonsten, wenn ihr hier das auf True habt, aber meine Coins API nicht im Plugin-Zone habt, dann wird da ein Fehler kommen. Das sind die häufigsten Fehlerquellen, weil eben standardmäßig das Ganze so hier eingestellt ist. Wir haben hier Use Essentials Money. Das Ganze würde einfach nur das Gleiche machen, wie eben Coins API MNL, wie meine Coins API, nur dass halt das Essentials Money an der Stelle im Scoreboard angezeigt wird, an der der Platzhalter von oben eben %Money% eingefügt wird. Nun, hier haben wir noch den Display Name und dann unten kommen noch sozusagen, da kommt noch die Scoreboard-Konfiguration. Wir haben hier 10 Zeilen und ihr seht hier auch für jede Zeile haben wir eben hier die Nummer der Zeile plus das Ganze, was drinstehen soll. Und das ist es im Prinzip auch schon. Ihr seht hier %Rank und %Money. So, hätte ich jetzt hier diesen Boolean PermissionsX auf True gesetzt, dann würde das bedeuten, dass am Ende auf dem Server für den Spieler, hier wo %Rank% steht, am Ende der Rang angezeigt wird. Das Ganze, %Rank%, das könnten wir auch hier reinschreiben oder hier oder hier oder hier oder ganz oben. Das ist komplett egal. Dort, wo es halt ist, wird dann am Ende der Rang angezeigt und das Gleiche funktioniert auch so mit dem Money. Heißt, wenn ich jetzt hier das Money nochmal anzeigen möchte, dann setze ich hier in die Zeile 8 einfach nochmal %Money% rein und dann wird das Money halt noch ein zweites Mal da angezeigt. Somit könnt ihr das wirklich komplett personalisieren. Wenn ihr jetzt aber sagt, nö, also 10 Zeilen, das ist mir zu wenig, da brauche ich schon mindestens 15 von den Zeilen, dann schreibt ihr hier einfach, bam, ihr geht hier hin, ändert das hier in 15 ab, ja, und dann müsst ihr dementsprechend hier halt noch 10, 11, 12, 13, 14, 15, praktisch noch 5 solche Zeilen mit der jeweiligen fortlaufenden Nummer einfach unten in die Config einfügen. Das würde dann für 3, also für 12 Zeilen beispielsweise so aussehen. So, ich habe das Ganze mal so angepasst für 12 Zeilen. Ihr seht hier, ich habe hier eine 12 reingeschrieben und habe hier noch zwei weitere Zeilen, eine mit der Nummer 11, eine mit der Nummer 12 hinzugefügt und das ist prinzipiell eigentlich auch schon, wie es funktioniert. Damit die jetzt aber auch alle angezeigt werden, müssen wir die ein bisschen abändern, damit dann nicht überall komplett das Gleiche drin steht, denn ansonsten kann das sein, dass es nicht funktioniert. Und ich würde sagen, wir haben das Scoreboard jetzt mal so personalisiert, wie wir es haben wollen und dann würde ich sagen, jetzt rein mal in Minecraft und dann gehen wir mal schauen, ob das Ganze auch klappt. Hierzu, Leute, einmal STRG S, um das Ganze abzuspeichern, dann können wir auch schon rausgehen und den Server können wir einmal reloaden und dann würde ich sagen, öffnen wir hier unten auch schon einmal Minecraft und hole ich es hier kurz her. Bam, da ist es nämlich. Und dann gehen wir einmal auf den Localhost drauf und dann gucken wir mal, was dann jetzt effektiv vorhanden ist und ihr werdet jetzt hier schon sehen, Loading Terrain. So, ihr werdet dann jetzt eben, wie gesagt, schon sehen, das Scoreboard erstmal, Leute, wenn wir kurz hier den Chat öffnen, erstmal, es hat zwölf Zeilen und nicht wie vorher konfiguriert standardmäßig zehn, weil wir das Ganze ja umgeändert haben. Nun, wir sehen hier, es steht überall dort das drin, was wir haben wollen. Wir haben unsere zwei Extrazeilen, die ganz unten angefügt worden sind und wir haben keinen Debtless-Prefix, eben weil wir Permissions-Acts nicht verwenden. Würden wir Permissions-Acts verwenden, dann würde hier jetzt, wo wir Prozentrangprozent reingeschrieben haben, also hier drinnen, würde unser Rand angezeigt werden und wenn wir ein Essentials Money oder so verwenden würden, dann würde dort das entsprechende Player Money angezeigt werden, wo wir es festgelegt haben. Also das wäre in unserem Fall dann hier. Und zwar, Leute, habe ich jetzt noch einmal für euch hier Essentials runtergeladen, um euch das nochmal zu zeigen und Essentials einfach in den Plugins-Ordner reingepackt und anschließend bin ich in die Config vom Scoreboard-Plugin gegangen, hier Edit with Notepad++ und habe hier Use Essentials Money auf True gestellt, abgespeichert, den Server neu gestartet und wenn wir jetzt drauf joinen, Leute, dann seht ihr jetzt auch schon, wird dort, wo wir Prozent, Money-Prozent eingetragen haben, auch schon das Essentials Money angezeigt und so funktioniert das Plugin. Leute, ich denke wirklich, dass das ein super Plugin ist, Leute und wenn es euch auch genauso gefällt wie mir, dann lasst auf jeden Fall ein Rating auf der Spygold-Seite da, falls ihr mein Plugin verwenden möchtet und lasst einen Daumen nach oben auf dieses Video da und schreibt gerne einen lieben Kommentar, ob euch das Ganze weitergeholfen hat oder nicht und dann würde ich sagen, Leute, schreibt mir auch nochmal in die Kommentare, was ihr denn von so, ich programmiere eure Ideen oder ich programmiere dein Plugin oder ich programmiere Java-Programme, einfach von Programmier-Livestreams, wo ich einfach Sachen programmiere, wo wir uns vorher zusammen eben absprechen, was programmiert werden soll und dann wird das halt in Livestreams programmiert. Ich hätte persönlich mega Bock drauf, schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, falls ihr nichts mehr verpassen wollt und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und tschüss.